Hallo Leute, falls euch wundert, weil ich länger kein Wiedermann hochkriegen kann, das ist, weil ich habe im letzten Training den Handwitzel gemacht, irgendetwas dort gebrochen und die Elle. Und perfektes Training, der Paraba bist da. Und ich möchte auch schlagen, ich darf aber noch, sonst will es berühren. Und das Trainingsimmer ist jetzt eigentlich so weit wie fertig, das könnte noch weggehen und da könnte noch was weggehen und das könnte auch gehen. Aber dann sind wir eigentlich fertig. Und falls ihr es mein Ding wieder sehen wollt, mein Aufbautraining, weil ich möchte am 9. April 2022 habe ich die Titelverteidigung, die Niederösterreichische Landesmeisterschaft und da möchte ich unbedingt wieder mitmachen. Und falls ihr es mein Aufbautraining wieder sehen wollt, Trainer gehen, wieder Krafttraining, Kämpfen, alles, dann liken und abonnieren bitte nicht vergessen, weil bitte. Und das war es eigentlich. Tschüss.